Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da viele von euch wollten, dass ich mal so ein Real-Life-Video drehe, mache ich das auch. Ich und mein Freund haben hier eine Drohne gebaut. Ja, die Batterie ist relativ schwer, aber die Drohne kann auch recht viel tragen, muss ich halt sagen. Wir haben für die Drohne drei Tage gebraucht, bis wir sie zu Ende gebaut haben. Das ist 2400. Ja gut, dann lass jetzt mal kurz die Batterie verbinden. Schauen wir mal kurz an. Wir werden jetzt die Drohne nicht fliegen lassen, also sie hat hier auch eine Kamera und so weiter. Das ist richtig interessant, das Ding. Und ja, den Controller haben wir dann auch mit der Drohne verbunden. Du musst das jetzt festhalten. Also Leute, wir werden das maximal bis zur Hälfte hoch machen und dann werdet ihr sehen, wie stark die Drohne ist. Also die muss man auch so richtig festhalten. Okay, let's go. Das war jetzt bis zur Hälfte. Ja. Wenn man das Ganze voll aufdreht, dann, Alter, das Ding, das kann man ja nicht mehr festhalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr nochmal von solchen Sachen sehen wollt, dann bewertet das Video positiv. Und ja, an der Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Möchtest du auch was sagen? Tschüss.